Ah! Oh mein! Oh mein Kopf! Ah! Oh, wo bin ich? Stimmt, ich habe einen Unfall gehabt wegen Creeper. Naja, egal. Wo ist denn jetzt das Auto noch? Ich schaue mal nach. Ich glaube nicht. Ich glaube es funktioniert nicht mehr. So. Egal. Oh nein. Creeper, alles wegen dir habe ich einen Unfall gehabt. Friss das. Friss das. Zack. Das gelät. Länger. So. Und Spänne. So. Ich habe hier kurz gesäubert. Ich bringe das Auto später. Na. Und hier ist noch Ding. Ich tue hier ein bisschen Erde rein, damit ich hier wenigstens ein bisschen zu ist. Äh. Wo können wir noch ein bisschen Erde? Schau mal hier ein bisschen Erde. So. Und dann können wir das komplett zumachen. Und das Baum, ja. Leider gelitten. Muss jetzt leider schweben. Keine Ahnung. Jetzt gehe ich mal selbst nach Hause. Mir geht es gar nicht gut. So gekommen hat meine Rüstung mich ein bisschen beschützt. Ich habe auch ein bisschen Hunger. Ich esse mal ein bisschen. Und dann gehe ich mal selbst nach Hause. Diese Unfall war so schlimm. So. Jetzt sind wir zu Hause. Diese Weg muss ich ein bisschen verbessern. Auch. Und es dauert zu lange. Ich tue glaube ich. Dieses Auto gehört nicht mehr. Aber ich könnte vielleicht das aufkriegen. Mit Knochen vielleicht. So. Okay. Ist offen. Also vielleicht machen wir diesen Knochen auf. So. Ey. Passe sie drauf. Sag mal. So. Jetzt habe ich es auch aufgekriegt. So fahre ich mal nach hinten. Zack. So. Ich tue mal in meinen. Hosenverschreint. So. Ey. Wo ist diese Person noch? Der war noch hier irgendwo. Wer sind sie? Hallo? Hallo. Er sieht sie. Ey. 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 Sag mal. Was soll das? Au. Au. Ah. Der hat mir einfach Gift geworfen. Oh. Ne. Skelett. Komm. Ja. Komm. Skelett. Komm. Doch. Zeig. Geholt. Bogen verbessern. So. Und hier einen süßen Panda. Und warum macht es Panda hier in etwas? Machst du hier Panda? Ich habe auch leider keinen Bambus, ne? Leider. Sonst würde ich das geben. Egal. Geh mal wieder nach Hause. Ich tue mal kurz meine Sachen nach oben. Hier kommt Geld. Stimmt. So. Ich tue mal diesen Stock hier rein. Äh. Ansonsten. Hier kommt Geld. Stimmt. So. Nehmen wir mal noch ein Stück Brot. Ja. So. Jetzt gehen wir mal nach unten. So. Machen wir mal. Gehen wir mal hier raus. Ich erkunde. Okay. Was ist mit dieser Schaf los? Okay. Also was machen sie hier? Dexter? Dexter, was haben sie hier? Warum hast du keine Zeit? Okay. Das reagiert mal ein bisschen komisch aber egal. Ich gehe mal ein bisschen ausruhen von dieses Haus. Ey guck mal da kommt schon wieder so eine Hexe. Geh weg. Oh nein. Komm her. So. Das habe ich Langsamkeit. Oh. So. Oh nein. Das muss glaube ich von anderer Seite. Ja. Es wird auch langsam dunkel. Warum? Ich glaube wegen Apokalypse ist auch Zeit bisschen komisch. Na. Was ist das denn? Ich lege es mal weg. So. Mein Flugzeug ist immer noch weg. Ich weiß. Ohne nicht. Weil es geklaut hat. Wohin geht es hier lang? Ich habe es noch nie. Und hier kommt schon wieder so eine Hexe. Ah. Das ist noch so ein Ding. Sag mal. Was machen sie hier Jake? Okay. Jake. Okay. Okay. Was macht der denn hier jetzt so? Okay. 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 Lass mir mal seine Arbeit machen. Ich kenne ihn nicht. Aber keine Ahnung warum der an meine Farm arbeitet. So. Den Skelett haben wir mal geholt. Oh. Ich bin auch richtig hungrig durch diesen Kämpfe und so. So. Oh nein. Oh nein. Skelett und Enderman. Mein Flugzeug ist. Ey. Ich glaub mein Flugzeug ist kaputt gegangen oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ich wird den Info mal finden. Und da kann ich ihn so schlagen. Oh ja. Okay. 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 Nix. 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 Okay. Las noch nicht. is poor so that's oh panda kehran's keller ok keller ist ja eh nix ich hab ja dort alles genommen was machen die denn hier waren sie nicht gestorben komisch ok stoß auf einmal kommt mir egal lassen wir mal ich gehe mal lieber nach oben ich weiß nicht passiert komische sachen in dies in dieser villa ich muss langsam glaube ich irgendwann mal muss ich glaube ich raus gehen in jemanden suchen der mit mir befreundet sein will ansonsten muss ich leider alleine zukommen und alleine habe ich in tk auch kein bloß und jetzt ist schlafen ein morgen sehr gut heute gehe ich mal ein bisschen mein auto fahre ich ein bisschen mein auto ich habe mal ein bisschen damit ich habe mal so einen kurzen abkürzung ok das ist auch mein kaputtes auto ich muss auch irgendwie kaputte straße egal ich muss auch irgendwie versuchen dieses auto weg zu tragen dort ich würde es glaube ich irgendwie reparieren lassen und ja ich gehe mal erstens zu dorf und dann ja so ich bin mal da in so einem neuen ein dorf so 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 und und kommen online ist auch ein skelett nee nee gestern los nein egal ich war mal hier ja dieses dorf kenne ich alles in ihrem schlafen juckt es eh nicht wenn ich jetzt irgendwie machen würde ich fahre boah das ist auch sehr gut traktoren sind auch sehr gut und blumen drin egal so ich gehe mal lieber zurück zu meinem haus und keine ahnung ist irgendwie ich suche irgendwie freunde aber finde in vk keine egal ich fahre jetzt nach hause und ja endlich bin ich zu hause dann gehe ich mal als erstes ins bett bisschen entspann ich bisschen weil komische ist komisch dass ihr unfall hatte in sich komische leute treffe und danach so leute treffe die mein gebäude sind und so komisch sind diese menschen so aufpassen so ich praktisch so fahren und jetzt nach hinten so jetzt können wir nach hause gehen ich mache es mal als symbol so dann sieht es doch besser aus also jetzt gehe ich mal ein bisschen hinlegen und dann gucken wir mal was morgen passiert morgen gehe ich dann ein bisschen weiter suchen aber dann gehe ich wirklich auch ganz suchen und ja das war's haben wir diese folge ich hoffe diese folge hat euch gefallen weg zeigt uns was um mich zu haben darf genücheln schützen schaut mal eine andere wie es wird ja danke für 121 abonnenten leute es ist krank dass so viele leute zurückkommen und meine letzte folge letzte folge hat sieben aufrufe danke dafür leute ich bin extrem dankbar dieses support heutzutage kommt sehr viel und poppy playtime hat 75 aufrufe leute ihr seid krank es ist krank ich habe in meinem kompletten kompletten account 7241 aufrufe in kompletten videos leute ihr seid krank ey ihr seid krank ich bin so dankbar dass ich so eine community habe ich bin gerade dieses jahr auf dem weg zu 200 abonnenten bitte teilt dieses video mit euren freunden sagt ja abonniert den und so aber ich würde mein ziel ist dieses jahr 200 zu erreichen und dann wird es immer 100 100 100 und so weiter gehen und ja das war's damit dieses video ich habe es euch gefallen vergesagt dass das um mich zu haben dafür gehen nicht unterstützen schaut mal eine andere wie es wird ja wenn die wende von seite abonnenten ich bin kurz durcheinander gekommen und ja 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 ja